Was ist unser Team? Unser Team besteht aus acht Mitarbeitern. Darunter sind Krankenschwestern mit Fachweiterbildung, Gesundheits- und Krankenpfleger, Unterinnen und medizinische Fachangestellte. Wir sind ein sehr kleines, sehr familiäres Team. Wir unterstützen uns im Alltag, wo es mir geht. Wir betreiben vier Säle mit Wisterarchäologie, Gynäkologie und Endorologie und rotieren im täglichen Alltag. Wir arbeiten von Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr und anschließend hat ein Mitarbeiterrufdienst bis zum nächsten Folgetag, 7.30 Uhr. Am Wochenende haben wir nur Rufdienst für Notfälle. Und in der Regel sind es so um die vier Rufdienste pro Mitarbeiter pro Monat. Wichtig ist, dass der neue Mitarbeiter sich selbstständig medizinisches Hintergrundwissen aneignet, damit er einfach Abläufe und Prozesse besser verstehen kann. Bei Unklarheiten kann der neue Mitarbeiter immer gerne Fragen stellen. Jeder Kollege, jeder Arzt ist gewillt, Fragen zu beantworten. Gerne schriftlich bewerben an Frau Möbius, unsere OP-Managerin. Und wer Lust hat zum Hospitieren, das ist jederzeit möglich. Einfach mal anrufen und vorbeikommen. Wir freuen uns. Wir freuen uns.